Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Hamburger Polizei im Großeinsatz am Tag der Arbeit in Hamburg Großeinsätze der Polizei in Hamburg während der Maikundgebungen Am Mittwochabend, den 1. Mai 2024, wurde die Hamburger Polizei in einen Großeinsatz verwickelt, als es zu zahlreichen Zwischenfällen während der traditionellen Maikundgebungen kam. Mehrere Kundgebungen und Demonstrationen führten zu Verkehrsbehinderungen in der gesamten Stadt und brachten die Hamburger Ordnungskräfte auf Trab. Nach Information der Polizei waren rund 12.000 Menschen auf den Straßen unterwegs, um für verschiedene Arbeits- und soziale Anliegen zu demonstrieren. Die meisten Demonstrationen verliefen friedlich, wurden jedoch immer wieder von kleineren Zwischenfällen überschattet, welche die Einsätze der Polizei nötig machten. In einer Erklärung erläuterte die Hamburger Polizei, dass sie zu mehreren Einsätzen wegen diverser Verstöße gegen das Versammlungsgesetz sowie wegen Körperverletzungsdelikten gerufen wurden. Einige Demonstranten hatten Feuerwerkskörper und Rauchbomben abgefeuert. Außerdem waren einige versucht, Absperrungen zu durchbrechen. In einigen Fällen war es nötig, Pfefferspray einzusetzen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Trotz der Zwischenfälle betonte die Polizei jedoch, dass das Groß der Demonstranten friedlich geblieben sei und das Einsatzkonzept der Polizei habe gegriffen. Im Anschluss an die Demonstrationen wurden jedoch mehrere Personen festgenommen. Besorgnis wurde auch von mehreren Organisationen zum teils aggressiven Vorgehen einiger Demonstranten geäußert. Sie unterstrichen die Notwendigkeit, Demonstrationen als Mittel zur freien Meinungsäußerung zu respektieren, betonten jedoch gleichzeitig, dass dies keineswegs das Überschreiten gesetzlicher Grenzen rechtfertige. Die Maikundgebungen sind eine langjährige Tradition in Hamburg und in der gesamten Bundesrepublik, auf die die Arbeiterbewegung und Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten drängen. Trotz der turbulenten Ereignisse am gestrigen Tag wird die Tradition der Maikundgebungen in Hamburg voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Quellen Polizei im Großeinsatz bei Maikundgebungen in Hamburg Hamburger Abendblatt, 2. Mai 2024, Hamburg Mehrere Festnahmen bei Maikundgebungen NDR, 2. Mai 2024 Article written by Anita Farke, Mittwoch, 1. Mai 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017